Was macht die SBB für das weltweit einzigarte ADL-System den Watt-Tor? Was macht ihn so einzigartig? Das ist eine grüne Welle für sämtliche Züge, die gleichzeitig auf unserem Netz fahren. Es wird denen eine Empfehlung gegeben, wie sie fahren sollen, um nicht an einem Signal angehalten zu müssen. Die SBB haben bereits Anfragen erhalten von anderen Bahnbetrieben. Was läuft da konkret? Wir konnten das Basis-System schon zweimal in Europa verkaufen, Belgien und Deutschland. Und jetzt wurden wir angefragt von Österreich. Sie sind am ADL interessiert. Gibt es dann noch eine weitere Entwicklung? Wir denken an neue Entwicklungen. Wir brauchen das für unser Energiesparprogramm. Wir denken an Spitzenlandbrechung sowie an Smart Grid mit sämtlichen Zügen, die fahren.